Denny Schroeder, Maxi Klever, Daniel Tais, Dirk Nowitzki, Kaman, Kaman meinte er, Kaman ist deutsch. Ich weiß, dass wir einen vergessen haben. Isaiah Hartenstein. Keine Ahnung. Fenerbahce. Cezca. Maccabi, Tel Aviv. Olympiakos. Bologna. Panathinaikos. Ich weiß nicht, ob das noch da war, aber Milano auch, glaube ich. Real Madrid. Barcelona auch. Frankreich. Deutschland. Brasilien. Spanien. Italien. Frankreich. War schon. Kmeck, Kmeck. Wann hast du Frankreich? Erster. Frankreich war ziemlich schlimm. Berischic. Gnabry. Müller. Lewandowski. Neuer. Alaba. Coman. Boateng. Davies. Pavard. Schule. Toulisso. Coutinho. Hernandez. Jungalter. Er ist da hinten. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aus. Hatten aber auch schon viele. Thiago hatten wir noch nicht, glaube ich. Thiago. 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 Fangen wir mal mit dem Will Chamberlain an. Lebron. Neunfünfzig gemacht. Nie sechzig. Stell dir vor. Damien Lillard. Harden. Kobe Bryant. Jordan. Aktiv auch? Leon würde dann langsam mal einzählen seinen Sieg. Zwei. Ähm. Vier. Drei. Zwei. Ein. Curry. Steph Curry. Ne. Echt? Maula Joan. War sehr gut. Super. Bravo. Du weißt gar nichts über ihn. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal.